Das muss, ich will mal mit VRSD, es ist wirklich noch ein wirklicher, ein wirklicher Klassiker mit Maus klicken und recht Maustaste drehen. Ich überprüfe mal kurz die Option Einstellung, Effekte an, ja wir wollen handeln und okay. Auflösung, das ist halt das Problem, ich habe einen Full HD Monitor und das Spiel hat es bis heute noch nicht geschafft im Full HD Format hinzufügen und ja, das haben wir momentan 1280x1000, ja das passt, da kann ich ja nochmal extra gucken. Okay, das lassen wir mal mit dem Kontrast, das machen wir mal so, shadow, die Schattenqualität, okay, ja wir wollen Schatten, Filter, aus, an. So, das ist die Freiraum, das ist die erste Freiraum, ich würde sagen, ohne Filter. Das sieht etwas natürlich aus, mit Filter, das sieht so, dadurch, dass das Format schon nicht stimmt und das alles viel größer und nicht so seinen Platz hat, wie es eigentlich haben soll. Also, das spielen wir mal ohne Filter, so, das ist für die Grasdeko hier, ja Räume, Backgroundmusik, Soundeffekte, das machen wir mal aus, weil die sind ziemlich eintönig und früher, wie gesagt, wo wir das gesuchtet haben, Anfangszeit gespielt haben, das ging dann echt eben auf dem Schnürsenkel. So, hier geht es weiter, das ist nämlich beim offiziellsten, aber auch nicht, wir haben noch ein Assistentenshop für Pads und hier sind nochmal Heiltränke, Pads, was hier auch extrem schnell Levelformen individuell, und das machen wir dann später, das, so, hier haben wir, glaube ich, Schrifte, Titanenrüstung, Titanencover, kann Cover anziehen, das kann man dann auch später, man kann eine Scream-Maske, Jason-Mask, Ghost-Mask, kann man sowas mit Yulks und Galvorei später auch machen, wir sind kein Titanen, wir sind genau, Luke, Ja, wir sind Schurken, wollte sich ein paar bisschen fertig, guckt, ob es nochmal unterteilt ist in den Jobs, wir wollen erstmal eine Rüstung. So, hier haben wir die kompletten Rüstung, die man normalerweise droben müsste, haben wir hier die erste hohe Rüstung, die ab 87 anfängt, und die ist auch ziemlich schick, die ziehen wir auch gleich mal an, die kann man noch nicht tragen, und die Rüstung geht bis 172. Es gibt noch eine 185er, die drobt man, und es gibt noch 215er, und das ist, glaube ich, die höchste, und die sieht echt, echt, echt super aus. So, also bis 165, die Rüstung gibt es auf dem Offizial-Server, das ist schon wieder eine spezial angefertigte, hinzugefügte Rüstung, und die werden wir dann früher oder später dann mal sehen, denke ich mal. Aber hier haben wir erstmal unsere Rüstung, die für unser Level momentan passt, die 80er Rüstung, genau, und kaum vor. So, machen wir mal Status auf, das muss man sehen, wie viel Death, Death, bräuchten wir auch mindestens 2000. So, die Helme. Das sieht man jetzt nicht, man sieht erst die Helme ab, sehen wir sie also, die nächsten Helm, Maske, die sieht man dann auch auf dem Charakter. Und jetzt sieht man momentan noch, das schöne, Standardface. Gut, dann ziehen wir die Rüstung an, die auch schön leuchtet, was echt nice ist. So, Handschuhe, Schuhe, gut, nochmal 1100, ausweichen 200, das ist noch nicht viel. Aber wir haben ja noch Himmelsteine, und Himmelsteine sind zum Plusen da, und das Plusen ist ja, geht ja wie von der Hand, sage ich mal. Aber wir brauchen noch Waffen. Wir brauchen Waffen, die es hier gibt, und da gibt es die 85, ja, die 85 auch am Rüstung. So, 600, das dürfte jetzt extrem steigen, äh, oder auch nicht, wenn 600 auf 1000 ist, ist nicht wirklich ein Sprung. Aber da wären wir jetzt eiskalt mal Plussen, denn die Plusrate auf diesen Server ist besser als auf keinen anderen, würde ich jetzt mal sagen. Denn sie liegt höher, können sie eigentlich gar nicht sein, bei 100%. Und das Plusen geht, glaube ich, bis Plus 16, und dann mit speziellen Items, glaube, genau, bis Plus 16 kann man sie plussen. Genau, dann leuchtet die auch, die wird gleich noch, bei Plus 12, Plus 13 ist die jetzt schon, Plus 14 wird die. Macht Plus 15, hat die die höchste Leuchtfähigkeit. Genau, dann blitzt die extrem geil. Und unser Angriff ist auch extrem wichtig, so, Plus 15 geht da bis Plus 16. Wird sie noch höher? Nein, die geht nicht höher, Plus 16. Ja, das ist ordentlich. Denn ab Plus 15 kommen, bekommen wir noch diese zusätzlichen 75 Attack-Power. Angriff. Und hinzu, so, gut. Wie viele Himmelstände haben wir noch? Wir brauchen Rüstung. Machen wir die Rüstung komplett. Plus 6. Bis Plus 3. Man muss jedes Teil plussen bis auf Helm. Und ab Plus 4, kriegt man dann einen kleinen Schutzengel, sag ich mal. Das werden wir ja gleich sehen. Plus 4, Plus 3, Plus 4. Armschuhe. Und jetzt noch die Brust. Und dann ab Plus 4 kommt eine kleine Fee. Plus 2, Plus 3 und Plus 4. Und da ist sie. Und ab Plus 6, Plus 8, Plus 10, Plus 12 und ab Plus 15. Und das sind die Maximalform der Fee erreicht. So, wir haben jetzt schon 1300, wie viele Steine haben wir noch? Egal. Das haben wir gleich. Plus 6, Plus 7, Plus 8. Plus 6, Plus 7, Plus 8. Plus 6, Plus 7, Plus 8. Plus 5, Plus 6. das hat schon einen kleinen schleier dass das schwarze gelblich beim ritter ist es blau beim titan ist es rot und dann die anderen weiß ich jetzt gar nicht ob es kann rot ja eigentlich das ist ja dann jeden die drei selbst wie sagt das flüssen ist nicht schwer 1.600 1.700 angriff der waffe ist voll hochgezogen können jetzt noch das rest ist plus 8 erstmal so dann können wir den gleich mal weg werfen wir ja gut für die umwelt ich weiß dass wir hier gleich mal platz schaffen gut dann gehen wir erstmal raus welche richtung wir gehen an westro raus am westro genau am westro genau so dann wollen wir natürlich unser angriffsspeed der ist hier mit 9 und standard glaube ich sind genau standard sind zehn und so niedriger die zahl ist umso schneller greift man an so dies ist bei 9 jetzt ist es bei 8 unser laufspeed war bei 7,5 jetzt ist es bei 9 9 was laufen hier bedeutend schneller 3300 api immer da wollen wir noch die glücksschriftrolle die p-schriftrolle und den schneemann